Liebe Mitchristen, ab heute Samstag werden wir jeden Tag um 12 Uhr bei Ihnen digital anwesend sein. Einfach über ein kleines Video, einfach über eine kleine Botschaft aus Bruder Klaus. Und gleichzeitig, und das ist etwas ganz besonders Schönes, werden wir spirituell verbunden sein. Genau um 12 Uhr werden jeden Tag die Glocken bei uns läuten. Und in diesem Moment werden wir gemeinsam beten. Da wo man ist, jeder an seinem Ort, einfach gemeinsam ein Vaterunser beten. Diese unsichtbare Pfarrei ist unsere Pfarrei Bruder Klaus.